Leute, es ist geschehen, wir haben endlich einen Stürmer gefunden auf diesem umkämpften Transfermarkt und er soll uns bei unserem Offensivproblem helfen. Juan Jose Perea kommt vom VfB Stuttgart, aus der Bundesliga, wird ausgeliehen für ein Jahr, dann geht es wieder zurück, brauchen wir uns gar keine Hoffnung machen, er ist hier hingekommen, um sich weiter zu entwickeln, wollte den Schritt gehen, nochmal eine Liga tiefer, ist zumindest ehrlich, ich habe Bock drauf, er bringt einiges am Potenzial mit, 23 Jahre jung, Kolumbianer, richtig, richtig schnell, hat ein gutes Tempo, technisch stark, die Südamerikaner bekommen das Fußballspielen in die Wiege gelegt, hat einen Marktwert von 2 Millionen Euro und ist somit der teuerste Transfer in unserer Vereinsgeschichte, gleichauf mit einem Jari Liedmann oder Viktor Agalli, kannst du aber nicht vergleichen, die 2 Millionen früher, die 2 Millionen heute, ihr wisst, was ich meine, trotz alledem bin ich sehr überrascht, dass wir jetzt endlich mal einen Spieler haben, der Erstliga-Erfahrung mitbringt, 16 Bundesliga-Einsätze, durch seine 1,80 Körpergröße ist er nicht der Zielspieler, vielleicht wie ein John Verhook, wo du weißt, die Flanken kommen und er macht dann das Kopfballtor, allerdings hat er in seinen 16 Bundesliga-Spielen ein Tor geschossen und wie hat er es erzählt? Mit dem Kopf, gegen welchen Verein? Bayern-München. Das war schon sehr ansehnlich, ein richtig schönes Tor, kann er auch einfach wieder auf dem Platz zeigen und ich glaube mit so einem Jose Perea, das ist so ein Spielertyp wie Kai Pröger, richtig schnell sind wir einfach nochmal Variabler vorne, Kinn, Zombie, Pröger, Juan Jose Perea, Ingelsson, wo du einfach nicht ausrechenbar bist und es mal eine Flanke geben kann oder spielerisch einfach lösen, um dann ein Tor zu schießen. Ich glaube, das tut uns ganz gut da in der Offensive, auch fürs Kontern ist so ein Spieler optimal, passt perfekt in das System von Alois Schwarz, besitzt auch eine hohe Arbeitsrate mit und gegen den Ball. Wenn du Angriffspressing spielen möchtest, da sind schnelle Spieler zum Vorteil. Ich möchte mich nicht zu sehr hypen, 16 Erstligaspieler, hat beim VfB Stuttgart sich nicht ganz durchsetzen können, immer mal wieder Startelf-Einsätze, aber dann eher als Einwechselspieler gekommen und das Tor gegen Bayern München, das einzige aus 16 Spielen, ja kann man jetzt sagen, es war ein schönes, gegen De Ligt gut durchgesetzt im Sprungduell, hat also auch eine ordentliche Sprungkraft, wenn er gefragt ist, kann er es also auch mit Köpfchen, aber die Tore gegen große Vereine sagen nichts aus. Sebastian Till, damals auch in der Champions League, Nigeria, Madrid, Inter Mailand und wir wissen alle, was er jetzt aktuell für einen Stand hat in der Mannschaft, er soll sich einen neuen Verein suchen, laut Vorstand und Trainer. Hoffen wir mal, dass ein Jose Perea es einfach in dem Jahr zeigt und sich entwickeln kann. Und ich glaube schon, wenn wir ihm die Zeit geben, dass er dann einschlagen kann, hoffen wir es einfach mal, vielleicht ist er morgen auch schon direkt mit dabei nach Saarbrücken, kann sein, dass er ein paar Einsatzminuten bekommt. Ich verspreche mir einiges von diesem Transfer, muss man auch nochmal weiter loben, dass er jetzt einen wirklich gestandenen Spieler aus der 1. Liga holt. Die Stuttgarter können ja auch einfach nochmal raushauen, wie ihr Perea seht, wie hat er in der letzten Saison bei euch so gespielt, ist das einer, der uns in der 2. Liga weiterhelfen kann. Da ist das ganze Spiel einfach nochmal ein bisschen körperbetonter. Also jetzt in der 2. Bundesliga muss man halt einfach erstmal schauen, ohne sich jetzt hier direkt, ja, 1. Liga, Perea zu hypen. Ihr wisst, was ich meine. Weil er nur ein Tor geschossen hat in der letzten Saison, ist das Ganze ein bisschen schwieriger zu bewerten. Er kommt aus der Porto-Jugend, hat dort in der Champions League gespielt, in der Youth League. Und die sind ja bekannt dafür eigentlich, ein feines Händchen zu haben für Talente. Und dann zog es ihn nach Griechenland zu Panathinaikos Athen. Ein richtig guter griechischer Verein, zuletzt bei Pass Gianna gewesen, oder Giannina, schwieriger Name. Dort hat er 10 Tore geschossen, 4 Torvorlagen gegeben, eine stolze Quote gehabt. Und der VfB Stuttgart hat dann dementsprechend eine Ablöse von 2,4 Millionen Euro gezahlt. Jetzt muss er es nur auf dem Platz zeigen. Wir wünschen dir erstmal ein herzliches Willkommen. Deutsch sprechen kann er auch, ein bisschen gebrochen. Wegen seinem Onkel, hab mir schon ein paar Highlights angeschaut. Eine kleine Doku über ihn. Damals ist er dann von Kolumbien aus Bogota eingeflogen, nach Stuttgart zu seinem Onkel. Und der hat ihn dann mit zum VfB genommen. Ja, coole Geschichte. Wird dann wohl auch ein bisschen schneller gehen mit dem Integrieren. Bei Lee hat es zum Beispiel an der sprachlichen Barriere gehangen. Oder ist es gescheitert, dass er sich eben nicht durchsetzen konnte. Von ihm erwarten wir einiges. Es ist ja ganz klar, wenn du so einen Spieler bekommst aus der 1. Liga. Abschließend kann man sagen, dass man mit Jose Perea Variabla im Sturm aufgestellt ist. Nicht mehr so ausrechenbar flanken. Und dann hoffen, dass John Verhoog mit dem Kopf das Ding reinmacht. Er kann zur Not auch über die Flügel spielen. Links außen, rechts außen. Wenn es dann, ja, aufgrund seiner Körpergröße nicht zum Mittelstürmer reicht, wird man alles sehen. Ich bin positiver Dinge. Das Angriffspressing-Konterspiel können wir jetzt nochmal perfektionieren. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt gerne eure Meinung unten rein. Bin ich echt gespannt, was ihr zu dem Spieler zu sagen habt. Herzlich willkommen. Schießt Tore für unseren FC Hansa. Und du hast die Fans im Rücken. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.